kann sein dass es verschwendet war aber ich wollte eigentlich wollte ich das mal ausprobieren das ist auch so bisschen der haupt hintergrund dahinter hallo also hatte ich jetzt absolut keine ahnung wie ich den hätte ausschalten können lautlos und ohne dass er mich bemerkt was ist denn ernst ey oh lol ernsthaft das sind sogar zwei nein was ist doch alles in ordnung da kommt jetzt gleich noch eine melke eine andere verschwendet wieder neue so muss das laufen das sollte jetzt funktionieren habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet muss ich sagen ist da irgendetwas ah warte mal kurz ich will mal oh toll diese stimme klingt nicht wie die anderen was war das dieses lachen das war das schlimmste gerade finde ich vielleicht in dir ich dachte vielleicht wo ich hätte mich von hier anschleichen können was haben wir hier hallöchen krähen oh ich glaube da wollte einer hoch oder so das ist so viel ich will hier sogar noch die orientierung dazu noch leiter runter glittern oh gott ey ich gehe das gebäude durch dann also ich versuche wirklich so systematisch von süden nach norden zu gehen wobei ich allein schon dieses haus hier quasi übersprungen habe mal gucken wann ich da ankomme ne boah da ist auch noch was so viel warum egal erstmal das gebäude hier diese lagerhalle runtergefahren danke das klingt so als wäre hier noch etwas da hinten vermute ich ganz ehrlich ich glaube eines der sachen die ich mir auch noch holen werde oh es geht ähm die ich mir auch noch holen werde ist ähm tatsächlich äh weniger weniger hier ausschwenken von der von der pistole beim zielen kann irgendwo muss auch das sein was sie getötet hat ein ein sicher ich habe dir schnell mal so gesagt warum das ist gesellschaftlich nicht anerkannt anerkannt angesehen äh das ist was ich meine ok ich sehe schon 50 da kann ich denn weiter äh hallo ganz weißt du draußen will da überall hochklettern und ich auf einmal gar nicht mehr oder was kletter hoch junge das ist was da oben drauf ist ähm 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 zu ja schön da kannst du durch junge was war es denn ne äh was ist das denn ok da habe ich keine ahnung wie ich hier durch komme oder da liegt Zeug rum äh 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 das ist mich verarschen gerade wie soll das sonst gehen warte Tutorials lässt einen Schleichangriff nein Tür öffnen nein speichert wenn du es vor hast ja Werkbank Ampus rechtweite einpassen ja 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 gut das äh war ja klar das war schon im ersten Teil ja so ähm Objekte zerstören Kisten enthalten ja kein bestimmter Objekte wie Autofenster Kisten und Ketten zerstören Entdeckung gehen Entdeckung verlassen Entdeckungssymbol Handachst Sumanzpunkt Pfeife Ach Pfeile die ersten haben wir keine neuen ne nein Flaschen nö 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 hey das ging doch irgendwie warte mal ganz ehrlich wozu ist dieser Typ hier umgekippt einfach nur für den Gruselfaktor ne das glaube ich dir nicht das kaufe ich dir jetzt nicht ab Junge ne ne funktioniert ich ähm ich stehe direkt davor ich hab auch E und F gedrückt vielleicht ne Lad hast du wahrscheinlich auch nicht nö strange oder wir müssen nochmal hier zurück das kann auch sein das heißt ja durchsuch mal und ne dass ich quasi mit allem vorgreife was ist ja nicht gerade selten passiert ok können wir hier rüber theoretisch scheinbar nicht so so wo bin ich denn wenn ich hier hingehe ja da komme ich rüber ok jetzt bin ich hier in so einem Garten lebst du oder bist du tot oder bist du tot tschüss hüpp hüpp erstmal ernsthaft was ist da gerade passiert ey das war jetzt etwas unerwartet möchte ich meinen ok hier geht das nicht oh hey warte mal Aua so Ruhe jetzt 300 300 ja toll wow wow man ganz ehrlich wenn du dieses scheiß Messer von rechts nach links schwingst dann schwingst du auch von links nach rechts zurück ok Sputzmunition äh ne das höre ich mir nicht nochmal an das war gruselig cool ich habe hier gerade einen Arm weggefetzt mit ich glaube es ist nicht geplant dass die alle aufstehen oder oh ich glaube es ist damit ich da wieder hoch komme oder da hin keine ahnung irgendwo ähm hi ach ne den habe ich ja gerade gekillt haha hier ist noch einer oder habe ich den auch das gehört glaube ich auch zu den ich ja die ich gekillt habe ähm da wollte ich eigentlich nicht hin bevor die drei Kisten wieder nochmal dazu toll leere Kisten ich hasse leere Kisten in Spielen ich hasse leere Kisten in Spielen ganz ehrlich aber gut dann haben wir so jetzt drei zusätzliche Gegner mitgenommen obwohl die nicht geplant waren oh ja da tut es mir noch gar nicht mehr leid dass wir das gemacht haben zack schicken sich da ja die kann ich kaputt machen ne aber das eine Ding da hinten nicht bescheuert einfach bescheuert soo wie siehts aus das ist die Kirche 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 die Abtrünnigen die sind hier bestimmt der eine ist hier in dem Gebäude ich dachte ich hätte da noch ein Kraut gesehen aber ne scheinbar nicht hab ich mich geirrt so jetzt will ich es wissen nö ok dann halt nicht soo nein nimm die Flasche mit soo das ist Pistolen Munition da kann ich durch die Tür ein Schuss wow sieben liegen da noch aber merken die Flasche mit 6 6 6 8